Schönen guten Tag in dieser Woche wieder hier von der VRM aus Darmstadt mit einem Thema, das auch mit etwas Abstand weiterhin für Kopfschütteln sorgt. Die Videos unter dem sogenannten Hashtag AllesDichtMachen, sie waren in Summe einfach nur dämlich und ärgerlich, selbst wenn man dahinter gute Absichten unterstellt. Und mit dem Unterstellen dieser guten Absichten ist man schon freundlicher oder toleranter als das in dem einen oder anderen, der ursprünglich 53 Filmchen zum Ausdruck gebracht worden ist. Also selbst beim Unterstellen guter Absichten, wie etwa dem Aufruf, doch kritisch zu bleiben als Bürger und nicht alles einfach abzunicken, was an teilweise ja tatsächlich herrlichem Blödsinn, Unsinn von der Politik in Sachen Pandemie verzapft wird. Oder guten Absichten, wie der, auf die Situation vieler Künstler aufmerksam zu machen. Künstler, denen es tatsächlich absolut an die Existenz geht. Und das ist eine Schande. Ein Land, das keine Kultur haben will oder nicht mehr haben will, dem werden auch bald ganz andere Dinge fehlen. Also selbst beim Unterstellen all solcher guten Absichten konnte man am Ende nach Ansicht der Videos nur befinden. Thema verfehlt, Sätzen 6. Was etwa sollte daran konstruktiv sein, in eine Tüte zu röcheln, wo andere das im Real Life auf der Intensivstation tun? Das weiß wahrscheinlich niemand. Oder was sollte daran konstruktiv sein, zu raunen, dass der Tod uns am Ende sowieso alle holt? Was genau macht das jetzt besser? Aber, naja, dann stellt euch halt in der Schlange beim Sensenmann ein ganzes Stückchen weiter vorne an. Das ist ein freies Land, das kann jeder selber entscheiden. Ich persönlich will das nicht. Und ich denke, das geht auch den meisten so. Und wie man ernsthaft, wie Jan-Josef Liefers, der Meinung sein kann, dass die Medien in Summe als Ganzes, Ausnahmen gibt es wie immer überall, Aber dass die Medien in Summe als Ganzes in diesem Land seit über einem Jahr nicht so informieren, dass man sie tatsächlich wirklich frei und gesichert seine Meinung bilden kann, das ist wirklich nur lächerlich. Unser Problem ist doch eher ein Überfluss an Informationen, der erst einmal sortiert sein will. Und, by the way, der Regierung darf man in diesem Land sehr, sehr viel, oder den Regierungen, die Länder gehören ja mit dazu, sehr, sehr viel, richtig hart, jeden Tag um die Ohren hauen. Ohne, dass man dabei Angst haben muss, dass man das irgendwie dann zurückbekommt. Was man aber nicht erwarten darf, dass man, wenn man Kritik äußert, sofort und immer Recht bekommt. So ist das nun mal in einem freien Land. Und wir leben definitiv in einem solchen freien Land. Allerdings ist es deshalb genauso übel, dass man den Schauspielern jetzt wegen ihrer Videos mit gleicher Münze heimzahlen will. Natürlich hätten sie vor dem Drücken des Einschaltknopfes an der Kamera besser mal das Hirn eingeschaltet. Aber dass man ihnen jetzt mit Berufsverboten oder Boykotten droht oder das in den Raum stellt, das ist ebenfalls absoluter Unsinn und sogar richtig schlimm. Denn es ist ja nur Wasser auf die Mühlen derer, die sagen, dass dieses Land eben nicht frei ist. Aber es ist frei. Und deshalb darf man sich auch als Schauspieler, als Prominenter in diesem Land auch mal so richtig krachend irren. Schön wäre es, wenn jetzt danach neue Erkenntnis, eine neue Dialogbereitschaft, ein neues Miteinander einsetzt. Aber verbieten oder mit gleicher Münze heimgezahlt darf ja jetzt nichts werden, nur weil jemand einmal seine Meinung sagt, auch wenn diese Meinung manchmal tatsächlich noch so schwer zu ertragen ist. o Vielen Dank.